Tarkinia ist eine Stadt mit 16.475 Einwohnern in der Provinz Viterbo in der italienischen Region Lazium. Sie ist vor allem für ihre etruskischen Ausgrabungsstätten bekannt, die seit 2004 zum UNESCO-Welterbe gehören. Geografie Tarkinia liegt 87 km nordwestlich von Rom, 48 km südwestlich von Viterbo und 90 km südöstlich von Grosseto. Die Altstadt von Tarkinia liegt auf einem Hügel über der Küstenebene der Marema Laziale, 5 km vom Tyrannischen Meer entfernt. Die modernen Wohngebiete erstrecken sich am Fuß des Altstadthügel bis zur Via Aurelia. Die Stadtteile Lido di Tarkinia und Rivadai Tarkini sind beliebte Badeorte an der Küste. Die Stadtteile Lombardy, Marina Velke und San Agostino liegen ebenfalls in der Küstenebene. Das Hinterland ist eine wellige, dünn besiedelte Hügellandschaft mit wenigen einzelstehenden Gehöften. Die ehemaligen Salinen beim Stadtteil Lombardy wurden 2000 zum Naturreservat erklärt. Im Gemeindegebiet mündet der Fluss Marta ins Meer. Die Gemeinde liegt in der Erdbebenzone 3. Die Nachbargemeinden sind Alomire, Civita Vecchia, Montalto di Castro, Monte Romano, Teufa und Toskania. Verkehr Tarkinia liegt an der Staatsstraße Strada Stadale SS1 via Aurelia, die entlang der Küste von Rom bis an die französische Grenze bei Ventimiglia führt. Es ist mit der Provinzhauptstadt Viterbo durch die Strada Stadale SS1 bis verbunden. An der südlichen Stadtgrenze endet die Autobahn A12 Autostrada Asura, deren Weiterbau nach Norden geplant ist. Außerdem hat Tarkinia einen Bahnhof an der Bahnstrecke Pisa Rom, der an der Straße nach Lido di Tarkinia in vier Kilometern Entfernung zum Stadtzentrum liegt. Geschichte Tarkinia war eine der wichtigsten etruskischen Städte. Im Mittelalter wurde sie Stadtrepublik. Im 14. Jahrhundert verlor sie ihre Unabhängigkeit und gehörte seitdem zum Herrschaftsgebiet des Papstes. Tarkinia ist der Herkunftsort des der Sage nach ersten etruskischen Königs von Rom, Lucius Tarkinius Priscus. Die Stadt soll von Tarchon gegründet worden sein. Ortsnamen Tarkinia änderte in seiner Geschichte mehrmals den Namen. Sein etruskischer Namen war Turchona, Tarchna oder Taxona. Der spätere lateinische Tarkinie ab dem Mittelalter hieß es Corneto. Der Name geht vermutlich auf die Cornelkirsche zurück, die in der Gegend von Tarkinia häufig wächst. 1872 wurde die Stadt in Erinnerung an die Antike in Corneto Tarkinia umbenannt und heißt seit 1922 nur noch Tarkinia. Turchona nordöstlich des heutigen Tarkinia und früheren Corneto, auf dem Hügel Lassi Vita lag die etruskische Stadt Turchona, die eines der wichtigsten Mitglieder des Zwölfstädtebundes war. Die Gründung Turchonas reicht durch Funde belegt in die Zeit der Villanova Kultur zurück. Turchonas lag auf einem Hügel, der im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus von einer 8 Kilometer langen Stadtmauer umgeben wurde, die eine Mauer aus dem 6. Jahrhundert vor Christus ersetzte, die noch quer über den Hügel gezogen war. Was nach Livius 359 in Grenzkämpfen begann, eskalierte in einen Krieg zwischen Rom und Turchona, das zusätzlich noch phallischkische Verbündete auf seiner Seite hatte. Dies endete nach der Verwüstung römischen Territoriums in einer Niederlage der Römer im Jahr 358. Im Jahre 353 siegten die Römer unter Rutulus und Plautius und unter Fabius und Quinctius über die Tarkinischen Kräfte. Die Tarkinischen und phallischkischen Truppen kehrten zunächst in ihre Städte zurück. 351 musste Turchona Rom um Frieden bitten und erhielt einen 40-jährigen Friedensvertrag. Tarkini unter römischer Herrschaft trug die Stadt den lateinischen Namen Tarkini. Tarkini schloss 308 vor Christus einen weiteren 40-jährigen Frieden mit der Römischen Republik und wurde im Anschluss an diesen Vertrag, ab 281 vor Christus, Teil des Römischen Reichs. Damit begann ihr langsamer Niedergang. Ehemals tributpflichtige Gebiete wurden von Tarkini unabhängig die wichtigen Territorien der Tölferberge und der Küste unterstanden direkt Rom. Um 90 vor Christus erhielt Tarkini römisches Stadtrecht. Im 5. Jahrhundert ist Tarkini als Sitz eines Bischofs belegt. Im 8. Jahrhundert wurde es durch die Sarazenen zerstört. Tarkini wurde danach nicht wieder aufgebaut. Die Einwohner gründeten auf dem nahegelegene, besser zu verteidigenden Hügel Corneto. Corneto-Corneto wurde 1144 unabhängige Stadtrepublik, die Bündnisse mit Genua, Pisa und Venedig einging. Im 13. Jahrhundert konnte es eine Belagerung durch Friedrich II. bestehen. 1355 übergab der Papst Corneto der Herrschaft von Egidio Albonoz, der die Stadt in den Kirchenstaat eingliederte. Ab da blieb der Ort ein politisch unbedeutendes Landstädtchen. 1854 wurde das Bistum Corneto mit dem von Civita Vecchia vereinigt. 1870 wurde Corneto in das neue Königreich Italien eingegliedert. Sonstiges im Zweiten Weltkrieg befand sich südwestlich von Tarkini ein Militärflugplatz mit einem Ausbildungszentrum für Fallschirmjäger. 1944 und 1945 wurde der Flugplatz von den Alliierten genutzt und nach dem Krieg aufgegeben. Reste der Start- und Landebahn sind noch vorhanden. Sehenswürdigkeiten Tarkinia hat eine gut erhaltene, mittelalterliche Altstadt mit zahlreichen Geschlechtertürmen und einer fast vollständig erhaltenen Stadtmauer. Vor allem aus der Zeit der Stadtrepublik haben sich mehrere Stadtpaläste erhalten. Der Palazzo Vitellici wurde 1436 bis 1439 im Auftrag des Kardinals Giovanni Vitellici von Giovanni Dalmata errichtet. Er wurde im gotisch-katalanischen Stil Erweiterungen im Stil der Renaissance ausgeführt. In ihm ist das Museo Archäologico Nacional Edi Tarkinia mit zahlreichen etruskischen Funden, vor allem aus den Ausgrabungen in Tarkinia, untergebracht. Der Palazzo Kommunale im romanischen Stil stammt aus dem 13. Jahrhundert. Im Ratssaal befinden sich großformatige Gemälden des chienischen Malers Roberto Matta, der bis zu seinem Tod 2002 in Tarkinia erlebte. Der Palazzo Daitori, der gotische Palazzo di Priori mit barocker Fassade. Das Hospital Santo Spirito aus dem 15. Jahrhundert, ebenfalls aus dem Hochmittelalter stammt zahlreiche Kirchen. Der 1656 restaurierte Dom mit einem Chor aus dem 15. Jahrhundert mit Fresken aus dem Jahr 1509 von Antonio da Viterbo, genannt Pastura. Santa Maria in Castello mit Cosmatin arbeiten San Pancrasio aus dem 13. Jahrhundert. Die Bette-Lordenskirche San Francesco, die kleinen romanischen Kirchen Sanissimo Salvatore und San Giacomo Apostolo im Norden der Altstadt Sanissimo Annunciata. San Antonio, die barocke Chisa del Sufragio, etruskische Funde auf dem Hügel La Civita, auf dem sich das antike Tarkinia erstreckte, befinden sich unter anderem die Fundamente eines Tempels aus der Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. genannt Altar der Königin, zu dessen Schmuck gehörte eine Platte aus Terrakotta mit zwei geflügelten Pferden, die fast voll plastisch herausgearbeitet sind. Die Platte befindet sich heute im Museo Nacional e Tarkiniensee, am südöstlichen Stadtrand von Tarkinia an der Straße nach Viterbo, befindet sich die Monterozi-Nekropole mit rund 6100 in den Fels geschlagenen und mit Tumuli abgedeckten Grabkammern aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. Bis 2. Jahrhundert v. Chr. die Anzahl der Grabkammern wurde nicht durch Grabung, sondern durch Ortung festgestellt, etwa 150 Grabkammern sind mit Gfresken ausgemalt. Die für die etruskische Kunst von grundlegender Bedeutung sind, zu den zu besichtigenden Gräbern gehören Ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. finden sich in den Gräbern Steinsarkophage, auf deren Decken der oder die Verstorbene liegen dargestellt. Dazu Relief an den Wänden des Sargs. Die Nekropole von Tarkinia gehört seit 2004 zum UNESCO-Welterbe. Am Südrand von Lido di Tarkinia befindet sich das Ausgrabungsgelände von Gravisca, dem antiken Hafen von Tarkinia. Er wurde im Mittelalter als Porto-Clementino neu gegründet. Weiter nördlich an der Mündung des Marta befand sich ein zweiter Hafen, Martanum, von dem ein Becken lokalisiert ist. Die Häfen Alge und Rapinum sind noch nicht lokalisiert. Bevölkerungsentwicklung Quelle Istat Politik Mauro Masola wurde im Juni 2007 zum zweiten Mal zum Bürgermeister gewählt. Er gewann die Stichwahl am 10.11. Juni gegen seinen Vorgänger Alessandro Jullivi, der ein Mitte-Rechts-Bündnis anführte, mit nur 56 Stimmen Vorsprung. Am 6. Mai 2012 wurde Masola im Amt bestätigt. Sein Mitte-Links-Bündnis stellt auch mit 10 von 16 Sitzen die Mehrheit im Gemeinderat. Wappen auf rotem Schild Ein durchgehendes silbernes Kreuz belegt mit einem Kirschbaum in natürlichen Farben mit roten Früchten. Es handelt sich um ein redendes Wappen, da der alte Name Corneto der Stadt so viel wie Wäldchen von Kornelkirschen bedeutet. Das Wappen ist seit dem 14. Jahrhundert belegt Partnerstädte Cuba y Arroco, Malta Rabat, Söhne und Töchter der Stadt, Giovanni Vitellici, Kardinal, Giacomo Cetaccioli, Komponist, Vincenzo Cardarelli, Schriftsteller, Sergio Gary, Kardinal.